Und 3 mal 0 ist 0 und 4 mal 0 ist halt auch 0. Das ist simpelste Mathematik und das kann man halt auch verstehen. Rechnen würde mir schwer fallen. Ausgerechnet rechnen? Ausrechnen. Es ist doch so, 2 und 2 macht irgendwas und 4 und 4 macht irgendwas. Leider nicht dasselbe, dann wäre es leicht. Siehst du, das Wort ist viel geeigneter für die Sache.